Huh? What? You want me to talk about DDGTLC again? Well, just watch the first part. That's everything you should know. Aber das sagt uns nicht, was wir eigentlich für das Event tun werden. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, du hättest schon davon gehört. Hab was gehört? You know, the bird is the word. Hätte ich, hätte ich jetzt noch, hätte ich, wäre gut. Als sie sich das vorstellt, schüttelt Juri angstvoll den Kopf. Jungs. Mädels. Personen. Geschlechter. Feministen. Social Justice Warriors. LGBT. Triggered. Okay. Shut up. Ich denke, ich hab wirklich keine Wahl. Das sind alle. Du bist der Beste, Juri. Ist ja klar. Klapp, wird ernsthaft der Tod von mir sein. Ich möchte, dass jeder von euch ein Gedicht von dir wählt. W-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w? From me? But I only wrote one. Not for everybody. Unless it's the same one from the first day. Maybe, yes. Ich werde anfangen, um allen zu helfen, kann wenig Wobler zu fühlen. Kann ich weitergehen? Nope. You. Stay here. In this room. With us. I'm planning the bomb, okay? I didn't plan the bomb here. Ahem. Ich hab nur gehofft, ein gutes Beispiel zu geben. Bist du bereit, als nächstes zu gehen? Say, Yori. Ich werde als nächstes gehen. Wow! Yori ist plötzlich heiß! She's not fired up. She's hot! Okay, I don't, I don't really want the real transition of this, of fired up. But, at least not hot! Yori's not hot! The thing goes grrrrr! Pup-pup-pup-pup-pup-pup. Ah, please, no, not on this stream again. Oh man, ich bin wieder Fernan, der letzte hier. Mach dir keine Sorgen. Ich bin auch reingelaufen. Ich hoffe, ich dir die Tür, weil... Autsch! An Edge Hast du wieder Klavier gespielt? Ja Wir müssen eine Menge Entschluss nicht haben Die müssen eine Menge Undertale Choke Hab nun, vielleicht nicht Undertale Choke Aber ich denke, Leidenschaft Herrgott nochmal Du machst dir so viele Sorgen um mich, Alter Wie geht es gut, siehst du? Sayuri, zeig mir ein breites Lächeln Ich weiß, was du denkst Ich weiß, was du denkst, Sayuri Und dieser Schreie Selbst wenn es Selbst wenn es Just Just Oh Das ist nicht gut Das bedeutet, dass du glücklich bist Und ich weiß, das ist nicht gut Monika steht vor ihrem Schreibtisch auf Und geht durch den Raufen Zu Sayuri Ich beobachte, wie sie neben Sayuri niederkniet Und zack mit ihr spricht Ich werde jetzt das gute nachmachen Hey Sayuri Ja Monika Was gibt es? Ich habe gerade mit Roman geredet Und er möchte, dass du Bitte Veranimat Was? Ja Das sind zwei Worte Bitte Mach das auch Ich bin immer noch ein wenig überrascht Ich dachte wirklich, dass du versuchen würdest Deine Gedichte so zu schreiben Wie Jubel Aber sogar Oder sogar Nazki Aber am Ende Ja Ich denke, du bist Äh Weiß. 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 Ich denke, du bist... Pronoun, diejenige. Pronoun, die sind am meisten mag. Warum? Du willst nicht mit einem anderen näher kommen? Warten. Ja? Okay, that was, that was something, something weird. Es tut mir leid, dass ich immer über was stehe und diesen Schlussformen komme. Ich bin nur ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Über den Abneigung. Kollaboration. Or is it just because, stop. Just random words. In gewisser Weise ist es fast ein Paradox. Denn, wenn wir alle Antworten hätten, würde die Welt nicht anfangen, ihre Bedeutung zu verlieren. Weißt du, das ist eine Sache, die ich bemerkt habe. Es scheint, als würden alle im Club lieber über Dinge schreiben, die eher traurig als glücklich sind. Hey, but people can try. But that's about it. Menschen sind keine zweidimensionalen Kreaturen. Okay, this sentence is somehow funny. Das ist besser als die andere. Mein ist ein Dimensional. Ah, ja, das. Oh, boy. Ich bin nicht auf der Video-Serie. Aber ich bin nicht auf dem Video-Serie. Ich bin nicht auf dem Video-Serie. Weil ich nicht auf dem Video-Serie. Ich bin, die ganze Video-Serie war nur über mich, wie ich Ihnen verbesserte. Ich habe Ihnen, wie viel ich in einem Jahr verbesserte. So, am Ende der Video-Serie auf dem Video-Serie auf dem Video-Serie, wie ich in meinem Video-Serie habe, ich habe meinen eigenen Halsam-Serie. Das ist ein bisschen wunderschön, ich glaube, dass ich Ihnen die Video-Serie habe. And here you can watch the whole video series with the links to the original video. And until next time, you're the Ermin.